In der letzten Stunde haben wir geklärt, was denn wohl die Aufgaben von Wissenschaft wären. Und wir haben eine einfache Formel gefunden. Wissenschaft hat Fragen zu beantworten, auf die wir Antworten suchen. Wissenschaft hat Probleme zu lösen, die wir gelöst brauchen. Und dann haben wir uns die Frage vorgelegt, ja geht denn das überhaupt, ist es denn möglich, die Welt da draußen vernünftig zu erkennen? Und wir haben uns mit elementarer Erkenntnistheorie beschäftigt und gefunden, auf eine bestimmte Weise, uns nämlich vorstellend, dass wir mit unseren Kategorien die Wirklichkeit aus bestimmten Perspektiven ansehen, von denen manche nützlich als andere sind und wir folglich Verantwortung für unsere Betrachtungsperspektive übernehmen müssen, indem wir Verantwortung für unsere Denk- und Analysekategorien übernehmen, sie bestmöglich uns zurechtlegen, haben wir eine Chance, von der Wirklichkeit hinlänglich viel zur Kenntnis zu nehmen. Wie das im Einzelnen geht, das werden wir bei der Behandlung der Begriffslehre, der Aussagenlehre und der Theorielehre noch gründlich behandeln. Vor diesem Hintergrund können wir uns nun klar machen, was die Aufgabe von Wissenschaften etwas differenzierter Auszugsweise ist. Die Aufgabe von Wissenschaft ist es, naja, dort weiterzuarbeiten, wo wir mit unserem gesunden Menschenverstand nicht weiterkommen. Das heißt, über unser Alltagsdenken, das uns so vertraut ist, das uns auch als bewährt erscheint, hinauszugehen, wo immer wir merken, das Alltagsdenken führt uns nicht dorthin, wo wir hinwollen. Es geht also bei Wissenschaft um Emanzipation vom Alltagsdenken und jetzt müssen wir uns ansehen, wann denn eine solche Emanzipation notwendig oder zumindest wünschenswert ist. So eine Emanzipation braucht es, wenn die Gegenstände, über die wir Antworten auf Fragen gehen müssen oder in denen wir Probleme lösen müssen, zu kompliziert sind, als da schon das Alltagsdenken uns die Antwort nahe legt. Also, wie können wir globale Finanzkrisen lösen? Wie können wir verhindern, dass Bitcoins und sonstige Kryptowährungen zu kriminellen Zwecken ausgebeutet werden? Da reicht das Alltagsdenken in der Regel nicht aus. Zum anderen hat das Alltagsdenken drei Eigenschaften, derer wir normalerweise nicht gewahr werden, weil uns die Welt einfach so zu sein scheint, wie sie für uns ist. Das ist die immer wieder unbemerkte Perspektivität, Selektivität und Normativität unseres Alltagsdenkens. Und den Weg in die Wissenschaft schlagen wir genau dann ein, wenn wir anfangen, dessen gewahr zu werden, was damit gemeint ist, und die Sachen kontrollieren zu können. Fangen wir mit der Perspektivität an. Die Folie, die jetzt kommt, ist ein Meisterwerk der anländischen Malerei und etwas, worauf ich besonders stolz bin, denn so gut habe ich noch nie gemalt. Es ist auch das Letzte, was ich je gemalt habe. Sie erkennen unschwer eine wunderbar getroffene Landschaft, alpernländische Art, blaue Berge, grüne Bäume, eine Kirche in der Mitte. Und wir beschäftigen uns mit diesem Gegenstand. Das ist der betrachtete Gegenstand, auf wissenschaftsdeutsch ausgedrückt. Das ist der empirische Referent, das empirische Bezugsobjekt unserer wissenschaftlichen Aussagen. Oder in anderer Ausdrucksweise, das ist die Operationswirklichkeit. Jene Wirklichkeit, in der wir anschließend ins Wirtshaus gehen, wo wir eine Liturgie in der Kirche beiwohnen oder wo wir versuchen, Bürgermeister zu werden und einen Wahlkampf durchzuführen. Tja, und das sind wir. Rote Mannequins, könnten vielleicht auch Mädchen sein. Und jeder von uns steht in einer bestimmten Perspektive auf die Wirklichkeit. Wenn man hier steht, als Forscher, als Beobachter, ja, dann schaut das Dorf so aus, wie es eben von da aussieht. Wenn Sie sich auf den grünen Hügel stellen, dann schaut das Dorf etwas anders aus. Wenn Sie sich auf den blauen Berg stellen, ja, dann sieht es schon wieder anders aus. Wenn Sie sich aufs Kirchendach stellen, sieht das ganze Dorf und die Landschaft erneut anders aus. Und wenn Sie sich hinter die grünen Bäume stellen, dann werden Sie sagen, hey, welches Dorf denn? Ich sehe bloß grüne Bäume und das wäre nicht einmal eine Falschaussage. Aus der Perspektive sieht man nichts anderes als grüne Bäume. Was lernen wir? Der Gegenstand bleibt identisch, aber es gibt verschiedene Betrachtungsperspektiven. Und es ist allein die Entscheidung des Betrachters, wo er sich hinstellt. In der Wahl des Betrachtungsstandortes, später werden wir sagen, in der Wahl der forschungsleitenden Begriffe, in der Wahl der forschungsleitenden Theorie, da sind wir frei. Anschließend sehen wir aber genau das, was man von der begrifflichen oder theoretischen Perspektive, die wir gewählt haben, aus eben sieht. Und anderes nicht. Normalerweise wird man das nicht gewahr. Und glaubt, die Perspektive, die man aus welchen Gründen auch immer auf die Welt eingenommen hat, das ist die Perspektive, in der man die Dinge eben sieht. Und deswegen sind wir immer so furchtbar irritiert, wenn anderen die Welt ganz anders auszusehen erscheint. Weil sie von einer anderen Perspektive, mit einer anderen Theorie, mit einer anderen Weltanschauung aus die Welt anschauen. Wenn das aber kapiert ist, dass es verschiedene Wahrnehmungswirklichkeiten, also Perzeptionswirklichkeiten der Welt da draußen gibt, und wir verantwortlich dafür sind, was wir von der Welt sehen, aufgrund der Perspektive, die wir eingenommen haben, dann leuchtet es doch sofort ein, dass wir, wenn wir klug sind, der Reihe nach verschiedene der möglichen Perspektiven einnehmen. Also wenn wir etwas über dieses Dorf wissen wollen, wo wir möglichst wenig übersehen, werden wir alle diese Perspektiven einnehmen, vielleicht am wenigsten die hinter den Bäumen. Und sollte unsere Frage sein, ist die Innenausstattung der Kirche barock, gotisch oder sonst was, ja würden wir uns nicht damit begnügen, auf das Kirchendach zu steigen. Wir würden hineingehen und dort auch eine neue Perspektive einnehmen. Aber nun Achtung, manche Leute, Konstruktivisten genannt, glauben, dass die Welt sich verändert, wenn man sie aus einer anderen Perspektive wahrnimmt, also auf eine andere Weise gedanklich konstruiert. Aber ehrlich gesagt, der Wirklichkeit ist es völlig egal, welche mentalen Konstruktionen wir über sie machen. Sie ist und bleibt immer die gleiche. Unsere Aufgabe ist es, unsere Sichtweisen der Welt, unsere mentalen Konstruktionen der Welt da draußen, so komplex wie möglich zu machen. Und glauben Sie mir, alles Wichtige über Erkenntnis und Wissenschaftstheorie steht in dieser Folie. Wir werden immer wieder darauf zurückkommen. Das zweite Merkmal des Alltagsdenkerns ist seine in der Regel unbemerkte Selektivität. Schauen Sie, es gibt vieles auf der Welt, worüber es keine Informationen gibt. Wir möchten schon gerne wissen, wie Nordkorea genau regiert wird. Wir möchten auch gerne wissen, ob der Iran nun ein Programm zur Beschaffung einer islamischen Atombombe verfolgt oder nicht. Für uns sind Informationen darüber leider unzugänglich. Und für manches gibt es gar keine Informationen, zum Beispiel über die Innenpolitik eines verschollenen ägyptischen Pharaos, aus dessen Regierungszeit sich keine Aufzeichnung erhalten haben, gibt es keine Informationen. Darüber werden wir niemals etwas erfahren. Obwohl seine Handlungen voll den Reich bis heute gewesen sein können. Über vieles gibt es Informationen, das sieht man, wenn man im Internet surft oder sich in eine Bibliothek verfügt. Aber, jeder weiß, weder im Internet noch in Bibliotheken nimmt man alle Informationen zur Kenntnis, die es gibt. Es geht auch gar nicht. Und das interessiert einen auch nicht alles. Manches interessiert einen, man liest fleißig im Internet in der Bibliothek und kurz vor der Prüfung merkt man, ach Gott, das habe ich mal gewusst, ich habe es aber wieder vergessen. Das meiste, was man je zu Kenntnis nahm, vergisst man wieder. Und der Rest, der bleibt, den deutet man sich so zurecht, dass man damit auch zufrieden ist. Ich weiß zwar nicht mehr viel über dies oder jenes, aber das, was ich gerade noch weiß, das reicht mir. Und Achtung, der setzt so ein hermeneutischer Spiralprozess ein. Ich sehe nun anhand bestimmter Wissensbestände, die ich besitze, die Welt. Und jetzt nehme ich nur noch das von der Welt zur Kenntnis, was in die bereits besessenen Wissensbestände hineinpasst. Das heißt, bestehende Selektivität führt fadabhängig zu künftiger Vertiefung genauer der Selektivität. Außer, man hat Spaß auf Neues und lässt sich aus seinen gewohnten Denkbahnen herausbringen. Die Folge all dessen ist eine selektive Weltanschauung, eine selektive Perzeptionswirklichkeit, die Tatsache, dass man nur einen Teil der Wirklichkeit sieht, in einer Perspektive, die man im schlimmsten Fall nicht einmal reflektiert hat und diesen kleinen Teil für das Ganze nimmt. Auf dieses Teilwissen baut man seine Handlungen auf und wundert sich, wenn die eigenen Handlungen in der Wirklichkeit dann nicht funktionieren. Halten wir fest, jeder Blick auf die Wirklichkeit ist selektiv. Genauso wie jeder Blick auf die Wirklichkeit perspektivisch ist. Man kann das nicht abstellen, nicht ausbauen, man kann nur selbstkritisch und fremdkritisch damit umgehen. Und das dritte Merkmal ist die unbemerkte Normativität unseres Alltagsdenkerns. Was heißt denn das? In Normativität steckt das Wort die Norm drinnen, eine Regel. Normatives Denken meint das Denken in Begriffen darüber, was denn sein soll. Einfach ausgedrückt, es ist so, dass viele Meinungen, die wir haben, dass viele Aussagen übertreffen, durch Werturteile geprägt sind, die ihnen zugrunde liegen. Die AfD, ach wie abscheulich! Mao Zedong, ach wie toll! Und in der Grundhaltung, finde ich etwas für gut oder schlecht, organisiere ich mein ganzes Denken über etwas, mein ganzes zur Kenntnis nehmen von Informationen zu etwas, jene Perspektive, in der mir ein Gegenstand richtig betrachtet zu sein scheint. Die AfD mit Abscheu, Mao Zedong oder irgendein anderer Politiker mit Bewunderung. Werturteile drücken aus, ob man etwas für eher gut oder für eher schlecht, für eher zu tun oder für eher zu unterlassen hält, etwas dafür hält, das bewahrenswert ist, oder von etwas meint, es muss geändert werden, weil es eben nicht tauglich ist. Also, hier haben Sie ein typisches Beispiel für ein Werturteil, es ist gut, dass Deutschland ein Sozialstaat ist. Die Anschlussfrage lautet, woher weiß man das? Wie bildet man Werturteile? Wie kontrolliert man Werturteile? Dazu an späterer Stelle mehr. Halten wir es einfach fest, dass wir alle so funktionieren, dass wir von so werturteilsgeprägten Wirklichkeitswahrnehmungen aus in die Welt blicken, Perspektiven zur Betrachtung der Welt einnehmen, Informationsquellen benutzen oder nicht. Typischerweise nehmen wir solche Sachverhalte nicht oder nicht ernsthaft zur Kenntnis, welche die eigenen Bewertungen, die eigenen Urteile und das, was ihnen zugrunde liegt, infrage stellen. Vermeidung kognitiver Dissonanz, Vermeidung normativer Dissonanz, das ist so ein Grundantrieb, den wir alle haben. Ja, ein deutscher Dichter, Christian Morgenstern, hat das in einem Gedicht über den armen Palmström, der bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam, auf die schöne Formel gebracht, Palmström wurde überfahren und dann überlegt er sich, kann das sein? Nein, er lebt weiter, denn, so schließt der Messer scharf, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Es darf nicht sein, dass ich tot bin, folglich bin ich nicht tot. Stellen Sie sich mal vor, wie folgenreich das in der Politik ist. Es darf nicht sein, dass Populisten irgendwie Recht haben. Und folglich können sie auch nicht Recht haben. Und was immer ein Populist sagt, muss folglich falsch sein. Nun ja, darauf kann man politisches Handeln gründen, soll sich aber nicht wundern, wenn man am Schluss nicht die Ziele erreicht, die man zu erreichen streckt. Und solche Normativität, die mit unserem Alltagsdenker mitläuft, die kann unbemerkt bleiben, die kann unreflektiert bleiben, dann bleibt man in ihr befangen. Man kann aber auch die normative Prägung des Eigendenkerns sich bewusst machen. Man kann sich überlegen, hey, was erscheint mir denn immer als gut und richtig und warum? Was an positiver oder negativer Grundhaltung zu etwas prägt, meine Lust darauf, etwas zur Kenntnis zu nehmen oder darüber näher nachzudenken. Und wenn man dessen gewahr wird, genauso wie man der Selektivität oder Perspektivität seines Denkens gewahr werden kann, dann hat man die Chance, die Verzerrung durch die eigene Normativität zu kontrollieren. Und genau das soll man erreichen. Wenn Sie das im Bild haben wollen, mein Lieblingsbeispiel ist der Fußballtrainerblick auf Fußballmannschaften. Der Fußballtrainer schaut auf seine Mannschaft und alles ist toll oder ganz schlimm. Aus der Warte der eigenen Mannschaft beurteilt man alles. Wenn es zum Tor führt, war es gut, auch wenn es ein Foul oder reiner Zufall war. Wenn der Gegner ein Tor macht, war alles schlecht, was die eigene Mannschaft gemacht hat, auch wenn vielleicht der Gegner einfach nur Glück hatte. Ein kompetenter Fußballbeobachter, ein kompetenter Fußballreporter, auch ein kompetenter Fußballtrainer, blendet normative Positionsnahmen zu Mannschaften völlig aus. Er schaut, was sich auf dem Platz tut. Üben Sie das ein, indem Sie Fußballspiele zwischen Mannschaften ansehen, die Sie nicht interessieren. Also sagen wir mal Benfica, Lissabon gegen Spartak, Belgrad oder sonst was. Und achten Sie dann auf das Spiel und vergleichen Sie das mit Ihrer Erfahrung, wenn Sie ein Spiel betrachten, wo Sie Fan einer der Mannschaften sind. Und machen Sie sich die Differenz des Erlebens des Fußballspiels klar. Dann wissen Sie genau, was der Unterschied zwischen Alltagsdenkern und wissenschaftlichen Denkern sein kann. Diese Haltung einzunehmen, Fußballtrainerblick auf gleich welche Mannschaft, diese Haltung einzunehmen, das ist der Sinn des Prinzips der Werturteilsfreiheit. Werturteile sollen unseren möglichst unbestäcklichen Blick auf die Wirklichkeit nicht verstellen. Achtung, Werturteilsfrei ist natürlich nicht wertfrei. Wir verfolgen ja einen bestimmten Wert. Wir wollen wissen, was macht die Mannschaft richtig, was macht die Mannschaft richtig, was kann verbessert werden. Wir wollen Fußballspiel verbessern. Aber es ist uns egal, ob die einen oder die anderen dann besser werden. Hauptsache es wird besser oder schlechter, wenn ich Mannschaften besiegen will. Es gibt Werte, etwa in der Wissenschaft, wahre Aussagen auf Fragen zu formulieren, wo ich Antworten brauche. Das ist der Wert. Aber damit man das wirklich offen tun kann, unverzerrt von Voreingenommenheiten, muss man eben seine Werturteile genauso neutralisieren, wie seine mitgebrachte Perspektivität und Selektivität. Fazit, bevor wir uns an späterer Stelle näher dem Werturteilstreit nähern. Es gibt keine wertfreie Wissenschaft, denn Wissenschaft selbst Fragen beantworten, Probleme lösen, ist wertgetrieben. Es gibt aber eine von Werturteilen sich emanzipierende Weise des Forschens und obendrein gibt es noch etwas, was vielen Leuten ganz erstaunlich anmutet. Es gibt wissenschaftlich reflektierte Werturteile, zu denen an späterer Stelle mehr. Was haben wir also gesehen bislang? Bei Wissenschaft geht es um reflektierte, um kontrollierte Perspektivität, Selektivität und Normativität. Es geht aber nicht um eine Beseitigung dieser Merkmale des Denktals, denn diese sind ganz und gar unbeseitigbar, man kann mit ihnen bloß klüger oder weniger klug umgehen. Wenn das verstanden ist, können wir uns mal konkret vor Augen führen, was bedeutet denn Wissenschaft treiben und Wissenschaft treiben, forschen oder wissenschaftlich arbeiten, das sind nur verschiedene Namen für dieselbe Tätigkeit. Es ist sozusagen Forschen unterschiedlichen Tiefgangs. Man fängt das Forschen lernen an, indem man wissenschaftlich arbeiten schreibt und eines Tages kann man gigantisch große Forschungsprojekte planen, leiten und zum Erfolg führen. Aufgleich welchem man wissenschaftlich arbeitet, also forscht, die Grundstruktur ist ewig die gleiche. Es beginnt alles wissenschaftliche Arbeiten, alle Wissenschaft damit, dass man eine Fragestellung oder eine Problemstellung formuliert, so klar wie möglich, denn wenn es eine unklare Fragestellung gibt, gibt es auch keinen klaren Forschungsprozess. Sobald man weiß, was es ausfindig zu machen gilt, muss man die notwendigen Informationen erheben, jene Informationen, die es einem erlauben, die Forschungsfrage zu beantworten oder das aufgegebene Problem zu lösen. Wie macht man das? Ja, man liest. Man schaut, was gibt es schon an Wissen im Internet, in der Bibliothek, man liest herum. Man erfasst die Forschungsliteratur durch Recherchieren und Bibliografien, man sichtet sie, man studiert sie gründlich und vielleicht stellt man fest, über alles Mögliche ist schon geschrieben worden, aber über das, was ich wissen müsste, gibt es noch nichts. Diese Informationen muss ich jetzt selbst zusammentragen und genau dann gibt es die Notwendigkeit der eigenen Datenerhebung. Was ist damit gemeint? Ja, es gibt verschiedene Methoden, sozusagen Kochrezepte der Datenerhebung. Man kann Dokumente hinsichtlich ihres Inhalts analysieren. Das können sein Texte, Zeitungsartikel, wissenschaftliche Aufsätze, es können Bilder sein, Filme, Grafiken, Statistik, also Tabellen mit irgendwelchen Zahlen drinnen. All das sind Dokumente, deren Inhalt zu erschließen, einem jene Informationen beschaffen kann, die man braucht, um seine Forschungsfrage zu beantworten oder sein Problem zu lösen. Es kann sein, dass es keine Dokumente gibt, in denen die Informationen drinnen stehen, die ich brauche. Ich möchte wissen, wie Menschen über den Bundeskanzler Martin Schulz nachdenken. Vorausgesetzt, er ist eines Tages Bundeskanzler. Zwei Tage später gibt es bestimmt noch keine Forschungsliteratur dazu. Wenn ich das wissen möchte, ja, dann muss ich Leute befragen. Was haltet ihr vom Bundeskanzler Martin Schulz? Und die Befragungsmethoden, die sind sehr vielfältig, es gibt mündliche Befragungen, Interviews genannt, es gibt schriftliche Befragungen, die können ein zugestickter postalischer Fragebogen sein, das kann ein online am Bildschirm auszufünder Fragebogen sein. Diese Befragungsmethoden können entweder stark strukturiert sein, etwa ein Interview, das einen klaren Fragebogen, klare Filterführung hat, wo der Interviewer anfängt und weiß genau, was er in Abhängigkeit der Antworten, in welchem Zeitpunkt des Interviews zu machen hat. Es können aber die Interviews auch stark situationsorientiert sein. Ich möchte wissen, wie jemand, der selbst gerne Kanzler geworden wäre, die Kanzlerschaft von Herrn Schulz empfindet. oder ich möchte wissen, wie Jusos die Entscheidung der Partei für eine neue große Koalition empfinden. Naja, das ist am besten, ich rede einfach mit den Leuten. Hey, du hast gehört, dass das und das entschieden worden ist. Was ist denn in den Sinn gekommen? Wie hast du dich dabei gefühlt? Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, so ein unstrukturiertes Interview dennoch irgendwie zu strukturieren. Man kann ein narratives Interview führen. Man lässt jemanden, wenn das eben die Fragestellung verlangt, über sein Leben oder über bestimmte Erfahrungen erzählen. Man kann fokussierte Interviews machen. Etwa, man legt jemandem Fotos von irgendwelchen Ereignissen, lebensgeschichtlichen oder politischen Ereignissen vor, etwa Bau der Mauer, Fall der Mauer, und fragt, wie empfindest du, wenn du das siehst? Warum empfindest du so? Also wenig strukturiert heißt nicht voll unstrukturiert. Es sind eher Gespräche, bei denen man versucht, auf dem Befragten so zu spielen, wie ein Geiger auf seiner Violine. Man merkt, wie man es anfassen muss, wie man den Bogen führen muss, damit möglichst guter Ton herauskommt. Hier wird dann das Interview zu einer hohen Kunst, die man ohne Erfahrung nicht erlernt. Es kann sein, dass die Informationen, die ich brauche, nicht in den Köpfen von Menschen drinnen sind, weil es sich um Dinge handeln, über die sie nicht nachdenken können, die sie einfach tun. An solchen Stellen greifen die Beobachtungsverfahren. Wie verhält man sich an öffentlichen Plätzen? Als Tourist in christlichen Kirchen oder muslimischen Moscheen? Ich meine, man kann natürlich Leute fragen, wenn du in den Mailänder Dom gehst, um ihn zu besichtigen, wie verhältst du dich? Wenn du reingehst, um an einem Gottesdienst teilzunehmen, wie verhältst du dich? Ja gut, aber da kann er mir alles mögliche erzählen. Besser ist es, ich setze mich hin und beobachte. Was tun die Leute dort? Solche Beobachtungen können verdeckt sein. Das heißt, keiner merkt, dass er beobachtet wird, wie in meinem Beispiel, ich beobachte das Verhalten in Kirchen oder Moscheen. Solche Beobachtungen können offen sein. Es will jemand eine Studie machen, um ausführlich zu machen, wie in Klinikern mit Sterbenden umgegangen wird. Naja, weil der ja schlecht sagen kann, ich bin jetzt der neue Oberarzt, weil dann müsste man seine Approbationsurkunde vorzeigen und wenn das Krankenhaus Keinen sucht, ist es etwas komisch. Wenn man dann typischerweise sagt, pass auf, ich bin der und der von der Universität, ich habe ein Forschungsprojekt mit folgendem Inhalt und ich würde gerne sehen, wie es bei euch zugeht, wenn Leute sterben und wenn mit den Leichen dann irgendwie umgegangen werden muss. Naja, dann laufen sie rum, sie werden vorgestellt, sie sind dabei und Achtung, es macht oft einen Unterschied, ob sich die Beobachteten beobachtet empfinden oder nicht beobachtet empfinden. Darum ist es meistens günstig verdeckte Beobachtungen durchzuführen, weil dann verändert man den Gegenstand nicht durch seine Präsenz. Ab und zu geht das aber gar nicht, da muss man offen beobachten. In vielen Fällen ist es so, dass es in dem sozialen Feld, in dem man eine Beobachtung machen will, eine Rolle gibt, aus der heraus man etwas beobachten kann. Zum Beispiel, wenn sie Verhalten bei Demonstrationen beobachten wollen. Es ist voll und ganz legitim, am Rand einer Demonstration zu stehen und einfach zuzugucken. Sie müssen da weder bei den Demonstranten noch bei den Gegendemonstranten sein, noch sich als Polizist verkleiden. Es gibt eine legitime Rolle des Beobachtens. Wenn ich eine Beobachtungsstudie durchführe, dann kann mein Beobachten entweder gut strukturiert sein, so wie ein Interview, das ich entlang eines Fragebogens durchführe. Da gibt es eigene Beobachtungsschemata, die man dann ebenso wie Interview-Fragebögen entwickelt, es gibt sogar eine Schreibweise für Dinge, die man bei Beobachtungen sehen kann. Es kann aber sein, dass ich einfach nicht genau weiß, was sich tut. Etwa interessiert mich Eskalationsverhalten bei Demonstrationen und Gegendemonstrationen. Das kann ja sehr verschieden sein. Ich weiß nur, mich interessiert, wenn es sozusagen funkt zwischen Demonstranten und Gegendemonstranten und Polizei. Ich weiß nicht genau, was ich sehen werde. Ich schaue einfach zu. Ich notiere dasjenige, was ich sehe und mache mir anschließend einen Reim daraus, in dem ich meine Aufzeichnungen oder Erinnerungen systematisch auswerte. Die nächste Methodengruppe ist die Methodengruppe des Experiments. Es gibt die Laborexperimente, die insbesondere von Psychologen und Kommunikationswissenschaftlern vollzogen werden. Es gibt Feldexperimente. Das ist, wenn man tatsächlich, um auszuprobieren, ob etwas funktioniert, in der Wirklichkeit etwas tut. Aha, kann man das überhaupt? Ja, selbstverständlich. Was glauben Sie, was Werbefirmen tun, wenn sie ausprobieren wollen, welche Werbeplakate funktionieren, also gesehen werden, erinnert werden? Man plakatiert in einem bestimmten Stadtteil eine Serie von Werbeplakaten, in einem anderen, sozial strukturell ähnlichen, eine andere und befragt anschließend die Leute. Man experimentiert, welche Plakate eher oder nicht so sehr in Erinnerung bleiben. oder man versucht, welche Reformen in Organisationen wohl funktionieren. Eine Abteilung reformiert man nach dem Prinzip, eine andere nach dem anderen und dann sieht man, was sich wohl bewährt. Wir machen auch noch die Quasi-Experimente. Die sind sogar besonders wichtig. Die können zwar nicht wir Sozialwissenschaftler durchführen, aber Politiker experimentieren ja oft mit Wirklichkeit. Etwa war es eine Frage lange Zeit, ob die wirtschaftliche Produktivität dann steigt, wenn der Staat die Produktionsmittel besitzt, oder ob dann die Produktivität in der Wirtschaft am größten ist, wenn die Produktionsmittel, Fabriken und so weiter privat besessen werden. Unter dem Namen Kommunismus hat man in Staaten, wo Kommunisten die Macht ergriffen haben, die Produktionsmittel vergesellschaftet, staatlich geleitet und am Schluss konnte man sehen, wo die Innovationsraten, wo die wirtschaftliche Wertschöpfung größer gewesen ist. Das sind echte Experimente, die Politik mit sich und Gesellschaften veranstaltet. Wir nennen sowas ein Quasi-Experiment, weil wir es ja nur quasi als Experiment behandeln. Für die Betroffenen ist es freilich gelebte Wirklichkeit und da würde man oft dazu raten, lieber nicht zu viel zu experimentieren. Und dann gibt es noch den Bereich der Simulationsmethoden. Wenn man gesellschaftliche Prozesse halbwegs verstanden hat, kann man die in mathematische Modelle, die sich zur Programmierung, zur Algorithmisierung auf Computern eigenen umsetzen. Das macht man etwa bei Wettersimulationen. Eine andere Form ist, dass man Planspiele macht, wo man soziales Verhalten unter bestimmten Bedingungen testet, also wie wirken sich Gruppenstrukturen aus. Und obendrein kann man solche Simulationen auch für Lehrzwecke einsetzen. Das sind also die zentralen Methoden der sozialwissenschaftlichen Datenerhebung, die man natürlich miteinander auch kombinieren kann. Und wichtig ist nun zu verstehen, dass jede dieser Methoden sowohl eher qualitativ als auch eher quantitativ sein kann. Mit einem nahtlosen Übergang zwischen beiden Ausprägungsformern. Das klingt gut, aber was heißt es? Schauen Sie, im Bereich der qualitativen Forschung ist man immer dann, wenn die Fragestellung von einem verlangt, nach Neuem zu suchen. Im Bereich der quantitativen Forschung ist man, wenn man Vermutungen, also Hypothesen überprüfen will. Im Bereich der qualitativen Forschung hält man sich auf, wenn der Gegenstand, den man erforschen will, noch ziemlich unbekannt ist. In den Bereich der quantitativen Forschung geht man hinein, wenn ein Gegenstand schon sehr gut verstanden ist und insbesondere Messinstrumente zu seiner Erfassung vorhanden sind. Oder noch anders gewendet, im Bereich der qualitativen Forschung ist man dort, wo es noch kaum einen belastbaren Forschungsstand gibt. Wohingegen, wenn es schon einen ausgedehnten und belastbaren Forschungsstand gibt, dann kann man immer differenzierter, immer feiner und das heißt eben immer quantitativer seine Forschung vollziehen. Und sämtliche der Methoden, die ich hier aufgelistet habe, gibt es in quantitativen und in qualitativen Versionen. Es ist gänzlich unnötig, sozusagen einen Glaubensstreit darüber anzuzetteln, ob die Forschung eher qualitativ oder quantitativ sein müsse. Beides ist richtig, je nach Umständen und beides ist kombinierbar. Schauen wir das Ganze konkret im Bereich der Erhebungsinstrumente an. Wie schauen Erhebungsinstrumente bei den Methoden, die wir besprochen haben, im Bereich der qualitativen Forschung aus und wie sehen sie im Bereich der quantitativen Forschung aus? Qualitative Forschung, ich unterstreiche das noch einmal, wird betrieben dort, wo ein recht unbekannter Gegenstand auf der Grundlage eines kaum vorhandenen Forschungsstandes untersucht werden soll, in der Hoffnung, endlich etwas Neues, etwas Zutreffendes zu entdecken. Und quantitativ ist bei allem das Gegenteil. So, was haben wir an Erhebungsinstrumenten? Für Interviews kann man dann keinen präzisen Fragebogen machen, sondern man hat einen Leitfaden. Wenn man Dokumente durcharbeitet, Zeitungsartikel, Bilder, Filme, Statistiken, was auch immer, kann man nicht mehr tun, als sensibilisierende Begriffe entwickeln. Begriffe, von denen man glaubt, sie greifen etwas Wichtiges. Oder wenn man nicht einmal das kann, weil man noch keine geeigneten Begriffe verfügbar hat, man kann Fragestellungen auflisten, die das Interesse auf bestimmte Aspekte des durchzuarbeitenden Dokumentenmaterials richten. Das ist genau das, was ich auf der vorigen Folie Ihnen als Perspektiven vorangeführt habe. Bei Beobachtungen macht man es genauso, man hat Fragestellungen und sensibilisierende Begriffe. Und für Simulationen, etwa Planspiele, hat man eine Art Drehbuch, wie es als Planspiel vonstatten geht. Und die Gegenstücke im Bereich der quantitativen Forschung sind präzise, ausgearbeitete, für die Benutzung, am Computer bereits programmierte Fragebögen mit präziser Filterführung, präzisen Antwortvorgaben und so weiter. Bei Dokumentenanalysen gibt es präzise Kategorienschemata, wo man auch verschiedene Codierer beschäftigen kann, die, wenn sie gut trainiert sind, auch in ganz gleicher Weise gleich welche Dokumente in das vorgegebene Kategorienschema hinein kodieren. Bei Beobachtungsstudien genauso, da gibt es ein Kategorienschema, welches dann die Beobachtung anleitet, sodass auch unterschiedliche Leute das Gleiche entdecken können. Und bei Experimenten gibt es einen präzisen Experimentierplan. An der Stelle gilt es, zwei wichtige Fachbegriffe einzuführen. Der eine Begriff ist der Begriff der Interreliabilität. Erhebungsinstrumente müssen so ausgestaltet sein und ihre Nutzer müssen so trainiert sein, dass es völlig egal ist, ob der Meier oder der Müller ein Interview führt, ob der Schmitt oder der Schulze eine Inhaltsanalyse durchführt. Es muss anhand des gleichen Erhebungsinstrumentes das Gleiche herauskommen. Ganz gleich, wer die Interviews führt, die Beobachtungen tätigt, die Dokumentenanalyse macht. Und der andere Begriff lautet Intrarreliabilität. Wenn ich heute eine Inhaltsanalyse mache und übermorgen wieder, dann möchten bitte genau die gleichen Kodierungen rauskommen. Wenn ich heute ein aufgezeichnetes Fußballspiel inhaltsanalyse, nach taktischen Prinzipien und so weiter, und ich tue das nächste Woche, dann möchten die Ergebnisse meiner Inhaltsanalyse oder meiner Beobachtungsanalyse identisch sein. Nur, wenn Erhebungsinstrumente reliabel sind, interreliabel zwischen verschiedenen Leuten, intrarreliabel bei mehrfacher Benutzung durch den Gleichen, nur wenn der Fall ist, dass die Erhebungsinstrumente immer die gleichen Ergebnisse liefern, nur dann kann man sich auf die Befunde verlassen. Sonst hängen ja die Befunde von dem ab, was der Forscher mit den Erhebungsinstrumenten veranstaltet. Wenn Sie einen Zollstock haben und messen die Länge eines Tisches, und wenn ich messe, kommt etwas anderes heraus, als wenn Frau Ladwig misst, dann würde man sagen, entweder stimmt etwas mit uns beiden nicht, oder mit dem Zollstock nicht, vorausgesetzt der Tisch bleibt gleich. Solche Daten nutzen zu nichts. Der Punkt ist nun der, dass im Bereich der qualitativen Forschung, wo es noch keine klar vorstrukturierten Erhebungsinstrumente gibt, wo überhaupt etwas Neues zu entdecken ist, wo also der Forscher selbst zum wichtigsten Werkzeug des Erhebens wird. Dass dort Reliabilität viel schwerer möglich ist, als im Bereich der quantitativen Forschung. Und das ist einer der Gründe, warum, wann immer wir die Chance haben, etwas eher qualitativ oder eher quantitativ zu erforschen, wir lieber quantitativ vorgehen sollten. Wir können einfach besser für Reliabilität sorgen. Wo aber so wenig Vorwissen da ist, dass wir kein reliables Erhebungsinstrument hier und jetzt schaffen können, naja, dann bleibt nichts anderes über, als es mit qualitativer Forschung zu tun und diese so reflektiert und kontrollierbar wie möglich durchzuführen, wofür es ausführliche Verfahrensrichtlinien gibt. Wir waren jetzt also beim zweiten Schritt eines Forschungsprozesses. Jetzt haben wir unsere Daten erhoben. Also wir haben die Bibliothek leer gelesen, sämtliche verfügbaren Internetressourcen durchforstet und vieles zusammengeschrieben, zusammenkopiert. Wir haben jede Menge von Interviewdaten oder von inhaltsanalytischen Daten erhoben, ja, was machen wir nun draus? Eine kindliche Vorstellung wäre es, einfach die Daten aufzuschreiben und zu sagen, Leser, mach Sinn draus. Das wäre Arbeitsverweigerung. Wir müssen jetzt Sinn draus machen, denn wir haben ja eine Frage, die wir beantworten wollen, ein Problem, das wir lösen wollen und das müssen wir angeleitet von dieser Fragestellung, von dieser Problemstellung, die zum Zweck des Beantwortens der Frage der Lösung des Problems zusammengetragenen Daten auswerten. Das ist die Aufgabe der Datenanalyse. Auch hier gibt es verschiedene Methoden. Im Wesentlich gibt es zwei große Methodengruppe in den Sozialwissenschaften. Das erste sind die hermeneutischen Methoden, jene Methoden, mit denen man Texte versteht, Bilder versteht, Zahlen versteht. Achtung, auch Zahlen müssen verstanden werden. Spätestens, wenn Sie vor dem Ergebnis einer Regressionsanalyse sitzen oder wenn Sie das Eiszapfendiagramm einer Clusteranalyse haben oder die Ladungsmatrix einer Faktorenanalyse, werden Ihnen die Zahlen allein überhaupt nichts erzählen. Man muss sie deuten. Und das ist eine hermeneutische Aufgabe. Rechnen führt da nicht weiter. Handlungen, aus denen unser Gegenstand, die soziale Wirklichkeit, erzeugt wird, müssen auch verstanden werden. Was bedeutet es, wenn man jemanden anlächelt, wenn man jemandem die Hand entgegenstreckt? Da lässt sich nichts berechnen. Das muss man erkennen und verstehen. Und zwar besondere Ausprägungsweisen der verstehenden Methoden. Das sind die historische Methode, wo man Texte zu verstehen versucht, wo man Dokumente zu verstehen versucht, die einem über vergangene Wirklichkeit Auskunft geben. Und die juristische Methode, wo man versucht, reales Handeln in die für seine Beurteilung passenden Rechtsnormen einzubetten. Man muss für diesen Zweck Rechtsnormen und die Hierarchie der Rechtsnormen ordnungsgemäß interpretieren. Und man muss konkretes Handeln im Licht der Rechtsnormen interpretieren. Also bei dem Arbeiten von Historikern, von Juristen, ist es genauso wie bei unserem Arbeiten der Sozialwissenschaftler. Ohne zu verstehen, was sich tut, kommen wir nicht weiter. Aber, so lautet die Anschlussfrage, was heißt denn, etwas zu verstehen? Nun, verstehen heißt auf Griechisch Hermeneuien, etwas auslegen, etwas deuten. Daher auch der Name von der hermeneutischen Methode. Und wir schauen uns jetzt an, wie der Verstehensprozess im Großen und Ganzen funktioniert. Schauen Sie, das ist etwas, was bestimmt an Leuten ganz alltäglich ist. Sagen wir mal vor 3000 Jahren, schreiben irgendwelche Hethiter auf eine Steintafel in hethitischen Glyphen, in ihrer Sprache, die das Luwische gewesen ist, einen Text, wo draufsteht, dass der Großkönig Muzilaba oder wie er immer geheißen hat, dies oder jene Taten vollbracht hat. Und das sehen nun generationenlang alle Hethiter, die lesen und schreiben können. Und wer nicht lesen und schreiben kann, weiß zumindest, das ist die Tafel, die zur Erinnerung an die großen Taten des Großkönigs sowieso errichtet worden ist. So, irgendwann nagt an dieser Tafel der Zahn der Zeit. Sie versenkt in Ruinenfeldern, wird zugeweht, überwuchert. Irgendwann kommen Archäologen, meistens aus Europa, im 19. oder 20. Jahrhundert und entdecken diese Tafel. Aha, was ist denn das? Ist das überhaupt? Ist das ein Tisch? Ist das ein Bank? Ist das ein Baustein? Ach, da ist irgendwas auf der Oberfläche, die relativ glatt ist. Irgendwelche Zeichen. Es könnte vielleicht auch ein Text sein. Aha, so ein Text, aber wie lese ich den Text? Die Zeichen habe ich noch nie gesehen. In welcher Sprache wären denn diese Zeichen zu deuten? Also, an dieser Stelle mobilisiert man sein Vorwissen. Ist diese Tafel wohl an dieser Stelle immer schon gewesen oder hierher gebracht worden? Aha, vermutlich war sie immer schon da. Was war denn früher da? Na ja, dazu müsste man wissen, wie alt die Tafel ist. Da muss man die Fundkontexte betrachten. Ach ja, die Tafel müsste ungefähr 3.000 bis 4.000 Jahre hier liegen. Was war denn da? Da waren die Hethiter. Was wissen wir über die? Können wir inzwischen die Schrift lesen? Irgendeinen Princeton-Professor gibt es. Der hat so die erste Entzifferung geleistet oder behauptet, sie geleistet zu haben. Mit dem muss ich mich in Kontakt setzen. Also man mobilisiert sein Vorwissen, blickt unter Mobilisierung sämtlichen Vorwissens auf diese Tafel, hat dann erste Ideen zur Deutung. Eine hittitische Inschrift mit den und den Glüven. Müsste luvisch sein, könnte vielleicht arkadisch sein. Das wäre man dann bei näherer Betrachtung schon rauskriegen. Hat also erste Ideen zur Deutung. Wer konnte sich damals leisten, auf Steintafeln etwas aufzuschreiben? Krete und Pläte nicht. Das muss ein bedeutender Mensch gewesen sein. Was schreibt man normalerweise auf? Naja, irgendwelche Weihegebete oder Widmungen oder Großtaten. Dann hat man so erste Ideen, wie man die Sache deuten müsste. Mit diesen Ideen sucht man nur nach weiteren Verständnishilfen. Gibt es so ähnliche Tafeln wie die? Gibt es da so eine bestimmte Form, wie man so Text hier früher organisiert hat? Was wissen wir denn an luvischen Worten? Welche entdecken wir denn hier? Welche könnte man aus dem Kontext erschließen? Man sucht also nach weiteren Verständnishilfen und wenn alles gut geht, gelangt man zum Ansatzweisen Verstehen. Das war nicht der Großkönig sowieso, sondern das war der Kleinkönig sowieso. Und was aufgeschrieben worden ist, das ist kein Krieg, sondern so wie wir die Zeichen bislang lesen. Er beschreibt die Baugeschichte von diesem Stadttor. Ansatzweise Verstehen ist dann geleistet. Das ist wiederum die Grundlage dafür, dass man nach weiteren Verständnishilfen, nach weiteren Informationen sozusagen nach den letzten Mosaiksteinen sucht. Und wenn man die findet, dann liest man dann plötzlich in der Publikation dieser archäologischen Arbeit, in der Umschrift, im Original, das sauber abfotografiert, im Internet verfügbar ist. Man liest dann den Text und versteht, worum es geht. Was ist der Sinn dieser Tafel? Was ist der Sinn dessen, dass sie genau dort ist? Und da freut man sich und sagt ganz laut und deutlich Aha. Das ist genau jenes Aha-Erlebnis, was beim Forschen das ist, was beim Sex was anderes ist. Genau um solche Aha-Erlebnisse will er, macht man Forschung. Wer immer irgendwann in seinem Leben das eine oder andere solche Aha-Erlebnis hat, ist ein Glückspilz. Es ist ein wunderbares Gefühl, wenn man dann Aha sagen kann. Und wie ist man zu diesem Aha gekommen? Schauen Sie, wir brauchten Vorwissen, suchten nach Verständnishilfen, trugen letzte Mosaiksteine zusammen. Das heißt, wir haben gedacht. Wir haben Denkinhalte miteinander verbunden. So etwas nennt sich Theorie. Aber unser Denken allein hat uns nicht geholfen. Wir mussten schon immer auf diese Tafel gucken, auf ihren Kontext, auf andere Tafeln und so weiter. Wir mussten die Wirklichkeit selbst zur Kenntnis nehmen. Das nennt sich Empirie. Eben durch die Verbindung von Theorie und Empirie, durch die kunstvolle Verbindung, durch das kunstvolle Hin und Her, haben wir etwas verstanden, was wir zuvor nicht verstanden hatten. Und so können wir sagen, dass Hermeneutik am vorigen Beispiel hoffentlich anschaulich genug erläutert, gekennzeichnet ist, dadurch, dass man stets vom Vorwissen, das man mobilisiert und dem Gegenstand, den man verstehen will, hin und her pendelt. Je mehr man von dem Gegenstand weiß, umso mehr weiß man, was man noch wissen sollte. Und je mehr man dann weiß, umso mehr sieht man am Gegenstand. Das könnte Ihnen bei Statistikausbildung zugehen. Am Anfang verstehen Sie nur Bahnhof, das soll eine Regressionsanalyse sein, was ist eine Ladungszahl. Am Schluss versteht man es. Man sieht dann plötzlich in einer Faktorenmatrix, in einer Matrix von Ladungszahlen, die innerste Ordnung eines wichtigen Gegenstandsbereichs. In anderer Ausdrucksweise, man wechselt immer die Perspektive. Man blickt auf das Ganze, das man noch nicht insgesamt versteht. Man blickt auf viele Teile, die man versucht immer besser zu verstehen. Dann versucht man, die Teile zusammenzufassen. Man macht also den Pendelschlag zwischen dem Ganzen und seinem Teilen. Oder in noch anderer Ausdrucksweise, man wechselt stets zwischen theoretischer Arbeit, Nachdenken, Schlüsse ziehen, Fragen stellen und empirischer Arbeit. Nachschauen und auf Gestalterkenntnis hoffen. Nun gibt es die Redeweise vom hermeneutischen Zirkel und wer immer sonst nichts weiß, aber klug tun will, der sagt dann, ja schau, das ist doch bloß ein Zirkelprozess. Das, was man heranträgt an einen Gegenstand, das entnimmt man ihn. In Wirklichkeit bespiegelt man bei der Hermeneutik bloß sich selbst. Man drückt lediglich das eigene Wissen aus, in anderen Worten. Aber ehrlich gesagt, wenn Sie an mein Beispiel mit dieser Tafel denken, und dahinter steht die Entzifferung der Hieroglyphenschrift der alten Ägypter, die Entzifferung der Keilschrift durch den deutschen Grotefend, die Entzifferung der kretischen Linear- und B-Schrift, inzwischen die gelungene Entzifferung der Mayerschrift. Es ist genauso gewesen. Als Champollion die Hieroglyphen entziffert hat, wusste er ja nicht schon, was sie sind. Er hat nicht einfach in einem Zirkelprozess sein Vorwissen wie einen Tennisball vom Gegner zurückbekommen. Es ist ein Spiralprozess, wie wenn Sie eine Flasche öffnen und den Korkenzieher in den Korken schrauben. Von oben betrachtet dreht sich der Korkenzieher, der hebelt da lediglich im Kreis und ein Dummkopf würde sagen, was machst du denn, du drehst ja bloß im Kreis rum. Ein Nicht-Dummkopf weiß, dass sie jetzt die Spiral in den Korken hineintreten oder wenn sie eine Wendeltreppe hochgehen. Sie gehen schon immer im Kreis, gar keine Frage. Wer nur von oben drauf schaut, der sieht bloß Leute, die im Kreis laufen und wundert sich, dass sie plötzlich neben einem stehen. Natürlich geht es aufwärts und abwärts. Hermeneutik ist ein Spiralprozess. Das müsste erst verstanden sein und wer wach ist, der kommt dann sofort mit der Anschlussfrage. Na ja, aber was genau heißt es jetzt zu interpretieren? Welche Verfahrensweisen gibt es, um aus Dingen Sinn zu machen? Und ehrlich gesagt, das alles ist lehrbar. Im Bereich der Ethnomethodologie gibt es eine ausgewachsene Theorie der Interpretationsverfahren. Gehen Sie einfach mal ins Internet, geben Sie ein Ethnomethodologie. Wenn Sie meinen Namen noch dazu eingeben, kriegen Sie das bislang ausführlichste deutschsprachige Lehrbuch der Ethnomethodologie. Schlagen Sie dort das Kapitel Interpretationsverfahren auf. Da steht genau beschrieben, wie interpretiert wird und das kann man dann auch jederzeit selbst in einer sehr nützlichen Weise anwenden, kann aber in dieser Vorlesung nicht behandelt werden. So, und dann haben wir den ganzen Bereich der Methoden, die es uns erlauben, mit kondensierter Information umzugehen. Wenn ich von kondensierter Information spreche, spreche ich von Dingen, die man gemeinhin und trivial Zahlen nennt. Zahlen sind für Sozial Wissenschaftler nichts als kondensierte Information. Und das müssen wir uns nun etwas näher anschauen, was die Rede von kondensierter Information meint. Die Statistik, um die es hier geht, zerfällt in zwei große Gruppen. Die erste Gruppe ist die beschreibende Statistik und da geht es genau um das Kondensieren von Informationen. Zum Beispiel folgende Art. Sie können Menschen beschreiben und die sind entweder weiblich oder männlich oder eines der weiteren 30 oder 35 Geschlechter, die man inzwischen ausfindig gemacht hat. Und statt männlich, weiblich oder Geschlecht 3, 4, 5, 6 kann man überhaupt sagen. Eins männlich, zwei weiblich und 3, 4, 5 alles, was es sonst noch gibt. Statt Geige, Cello, Kontrabass, Flöte kann man sagen, wir benennen Streichinstrumente mit 1, Blasinstrumente mit 2, Schlaginstrumente mit 3. Dann hat man eine sehr kurze Redeweise. Statt zu sagen, schön, schöner am schönsten, kann man sagen, ja Moment, wir vereinbaren, statt schön sage ich 1, statt schöner sage ich 2, statt am schönsten sage ich 3. Dumm, dümmer am dümmsten, kann ich genauso machen. Und dann gibt es Dinge, dann gibt es Dinge, die man zählen kann. Ich meine, ich kann ja sagen, ich habe hier einen großen Haufen Euro-Münzen, einen kleinen Haufen Euro-Münzen und einen ganz kleinen Haufen Euro-Münzen. Die Information kann man auch verdichten. Da liegen 2 Euro, da liegen 10 Euro, da liegen 200 Euro. Das heißt, in den Ziffern, die wir gemeinhin kennen, die Quantitäten angeben, tun wir auch nichts anderes, als Informationen zu verdichten. Was ich Ihnen jetzt vor Augen geführt habe, ist nichts anderes als das, was man im Bereich der Statistik nennt, das Messen auf unterschiedlichen Messniveaus. Und gemeint ist, dass man unterschiedliche Wirklichkeitsmerkmale auf unterschiedliche Weise in eine sehr dichte Sprache überführt. Messung auf dem nominalen oder kategorialen Niveau heißt nichts anderes, als dass man Dinge, die in der Welt verschieden sind, wie etwa Geschlecht, anhand von Ziffern bezeichnet, die verschieden sind. Und ob ich für männlich 1 und weiblich 2 sage oder für männlich 41 und für weiblich 3,28 ist völlig egal, weil nur die Gleichheit oder Verschiedenheit der Ziffer die relevante Information birgt. Wenn man durch Ziffern, die ja im Bereich der natürlichen Zahlen allesamt eine Reihenfolge haben, eine Reihenfolge, wenn ich Unterschiede, Rangstufen der Wirklichkeit durch Ziffern ausdrücke und von diesen Ziffern lediglich ihre Reihenfolge betrachte, dann messe ich auf dem Niveau der Rangskala oder auf feierlich der Ordinalskala. Ja, und wenn es für irgendwas Metriken gibt, Zählern oder Temperatur oder Spannung oder Stromstärke oder Gewicht, wofür immer Menschen Metriken entwickelt haben, dann drücken diese Zahlen auch noch Maßeinheiten aus. Ich muss davor wissen, welche Art von Information in meinen Ziffern kondensiert ist. Information über Verschiedenheit, Information über Rangstufen, Information über Quantitäten. Sobald ich das weiß, weiß ich auch, welche Rechenoperationen ich mit meinen Ziffern durchführen kann. Denn natürlich würde es nicht viel Sinn machen zu sagen, aha, das ideale Geschlecht ist das, wo die Gender-Trennung überwundern ist. Das ist 1 für männlich plus 2 für weiblich geteilt durch 2 ist 1,5. Hä? Das wäre kompletter Unsinn. Man muss wissen, welche Informationen über die Wirklichkeit in Ziffern verdichtet sind und anschließend weiß man, welche Rechenoperationen zulässig sind. Nämlich genau nur jene, die aus den Ziffern nicht mehr an Information herauszuholen versuchen, als durch den Akt des Messens in diese Ziffern hineingelegt worden sind. Und natürlich kann man dann je nach Anzahl der gleichzeitig betrachteten Variablen die Statistik entfalten als Statistik mit jeweils einer Variable. Das sind dann Mittelwerte oder Steuerungsmaße. Man kann Statistik verwenden, um die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Variablen auszudrücken. Da macht man etwa Korrelationskoeffizienten und man kann viele Variablen gleichzeitig betrachten. Das sind dann die ganzen Modelle der sogenannten Multivariaten-Statistik. In diesem Bereich dient also Statistik dazu, die Informationen, die wir gesammelt haben, die wir vielleicht als Zahlen ausgedrückt haben, auf einem der drei besprochenen Messniveaus, kann also diese Informationen so weit verdichten, dass eine Chance besteht, Strukturen in den Informationen zu erkennen. Noch einmal, stellen Sie sich vor, Sie machen eine Bevölkerungsumfrage, was halten die Deutschen von Angela Merkel? Und dann haben Sie jede Menge von Informationen über soziografische Merkmale der Deutschen, über die Ausprägungen, in denen man über Angela Merkel nachdenkt. Und das von tausend Leuten. Wenn Sie da so eine Matrix haben, tausend Leute mit vielen, vielen Merkmalen, da sehen Sie nichts. Die Aufgabe besteht darin, die Information so zu verdichten, dass man etwas erkennt. Häufigkeitsverteilungen, Mittelwerte und so weiter. Das ist beschreibende Statistik, Informationsverdichtung. Der andere Teil der Statistik, der nennt sich die schließende Statistik. Worum geht es dabei? Nicht immer kann man alles tatsächlich untersuchen, was einen interessiert. Beispiel eins, ich möchte wissen, was halten die Deutschen von der Kanzlerschaft von Frau Merkel? Naja, Deutsche, also länger schon im Land Lebende, gibt es ein paar Millionen, es ist völlig hoffnungslos ein paar Millionen zu befragen. Ich kann nur einen Teil davon befragen. Wichtig ist, den Teil, den ich befragen kann, so auszuwählen, dass ich von diesem Teil Schlüsse ziehen kann, auch auf die anderen Deutschen, die ich nicht untersucht habe. Fall Nummer zwei. Ich bin verantwortlicher Chef einer Firma, die Glühbirnen produziert. Und ich möchte wissen, wie exakt meine Fabrik funktioniert. Das heißt, wie viele von tausend Glühbirnen nicht funktionieren. Ja, das kann man ganz einfach machen. Jede Glühbirne, die ich produziere, die wird ausprobiert. Aha, ein paar Zehntausend pro Tag. Oh Gott, wie soll das gehen? Und ich möchte wissen, wie lange brennen die Glühbirnen? Brennen alle 800 Stunden? Ja, ich könnte jede Glühbirne 800 Stunden oder 900 Stunden brennen lassen und dann ist sie kaputt und dann weiß ich, wie lange sie brennen. Ja, dann kann ich nichts verkaufen. Das heißt, es ist objektiv nicht möglich, sämtliche Glühbirnen auf Fehler oder auf Brenndauer zu untersuchen. Ich muss eine Auswahl treffen. Aber die Auswahl muss sich so treffen, dass ich von der Auswahl auf die Beschaffenheit der, Achtung Fachbegriff, der Grundgesamtheit schließen kann. Und das ist genau der Zweck der schließenden Statistik. Wir müssen hier einführen, einen wichtigen Fachbegriff, nämlich den Fachbegriff der Stichprobe, insbesondere der repräsentativen Stichprobe. Hier ist die Schnittstelle hin zur statistischen Stichprobentheorie und das ist auch was Bekanntes. Stichprobentheorie ist nichts anderes als die Lehre vom sinnvollen Umgehen mit unvermeidlicher Selektivität. Jeder Blick auf Wirklichkeit ist selektiv. Und Stichprobentheorie lehrt uns, wie wir mit der unabwendbaren Selektivität von Wirklichkeitswahrnehmung im Bereich des Forschens so umgehen können, dass wir am Schluss mehr wissen, als nur das, was wir für einen kleinen Teil der Wirklichkeit tatsächlich erforscht haben. Der erste Begriff, den wir, um Stichprobentheorie zu verstehen, benötigen, ist der Begriff der Grundgesamtheit. Das ist die Menge aller Gegenstände, aller Sachhalte, über die man etwas aussagen will. Und eine Stichprobe ist nichts anderes als eine Auswahl aus dieser Grundgesamtheit. So, Stichproben untersucht man, wenn man Grundgesamtheit nicht untersuchen kann. Alle Glühbirnen, die ich produziere, nicht alle untersuchen will, nicht ein paar Millionen Deutschen hinsichtlich ihrer Zuneigung zu Angela Merkel. Oder wenn man das gar nicht muss, weil es Möglichkeiten gibt, anhand einer Stichprobe von 25, von 100, von 1000, alles Wesentliche über die Grundgesamtheit ohnehin in Erfahrung zu bringen. Das geht nicht bei jeder Stichprobe, sondern nur bei bestimmten Stichproben. Und solche Stichproben, auf deren Grundlage man wahre Schlüsse auf die Beschaffenheit der Grundgesamtheit ziehen kann, solche Stichproben nennt man repräsentative Stichproben. Eine repräsentative Stichprobe ist eine, die ein verkleinertes Abbild der Grundgesamtheit darstellt, sodass ich von dieser Stichprobe aus Aussagen über Dinge treffen kann, die ich gar nicht selbst untersucht habe. Die Anschlussfrage lautet jetzt, ja schön, aber wie kriege ich denn bitte eine repräsentative Stichprobe hin? Und hier lautet die richtige Antwort, die, und die ist sowohl innerhalb der mathematischen Theorie bewiesen, wie auch empirisch hunderte Male ausprobiert worden. Die Antwort lautet, eine repräsentative Stichprobe ist eine Stichprobe, bei der jedes Element der Grundgesamtheit die gleiche Chance hatte, in die Stichprobe zu gelangen und nur der Zufall darüber entschieden hat, welche Elemente tatsächlich in die Grundgesamtheit gelangt sind. Hätte ich mehr Zeit und wären wir jetzt in einer Statistikvorlesung, würde ich Ihnen das mathematisch vorrechnen. Dann würde ich auch auf die vielen, vielen empirischen Experimente hinweisen. An dieser Stelle hilft es nichts. Sie müssten es einfach glauben oder, wenn Sie nicht glauben wollen sollten, selbst in den geeigneten Lehrbüchern nachlesen und sich aneignen. Wichtig ist, dass Sie heute es schaffen, die folgende Verständnishürde zu überspringen, in der manche hängen bleiben. Eine repräsentative Stichprobe ist eine Zufallsstichprobe. Es ist nichts anderes als der blinde Zufall, der es erlaubt, von Stichproben, die allein nach Zufallsgesichtspunkten zusammengestellt worden sind, auf die Grundgesamtheit zu schließen. Der Grund ist der, dass die Mathematiker, als sie sich im 18. Jahrhundert mit Glücksspielen beschäftigten, mathematische Modelle gefunden haben, die es erlauben, die Wahrscheinlichkeiten zu berechnen, dass ein Stichprobenergebnis mit der Beschaffenheit der Grundgesamtheit übereinstimmt. Denn es ist, weil der Zufallwalt ja nie gewiss, dass die Stichprobe der Grundgesamtheit entspricht. Es ist die Wahrscheinlichkeit angebbar, mit der Messwerte, die man an der Stichprobe gewinnt, in der Grundgesamtheit, in welchen Spielräumen um den Messwert in der Stichprobe herum stimmen. Das Wesentliche ist also, sobald man eine Zufallsstichprobe hat, gibt es mathematische Berechnungsweisen, die einem erlauben, die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, in der Stichprobenergebnisse mit welchen Schwankungsbereichen auch für die Grundgesamtheit treffen. Und genau dieses auszurechnen ist eine der wesentlichen Aufgaben der schließenden Statistik. Wenn das verstanden ist, dass wir Zufallsstichproben brauchen und nur Zufallsstichproben, dass wir repräsentative Stichproben brauchen und nur Zufallsstichproben repräsentative Stichproben sind, können wir die Sache etwas verkomplizieren. Denn Tatsache ist, und man kann es ja auch erläutern, warum das so ist, dass auch Quotenstichproben sehr oft wahre Verallgemeinerungen auf die Grundgesamtheit erlauben. Also Stichproben, die man nicht nach dem reinen Zufallsprinzip gezogen hat, sondern wo man, Theorie geleitet, sich klargemacht hat, welche Merkmale in der Grundgesamtheit wichtig sind und wo man durch einen entsprechenden Stichprobenplan dafür sorgt, dass die Verteilung von für wichtig gehaltenen Merkmalen in der Grundgesamtheit genau ihrer Verteilung in der Stichprobe entspricht. Beispiel bei deutschen Bevölkerungsumfragen, wie sie das Allensbacher Institut für Demoskopie durchführt. Man achtet darauf, dass in der Stichprobe die gleiche Quote von Männern und Frauen ist wie in der Grundgesamtheit. Man achtet in der Stichprobe darauf, dass die gleiche Quote von Bewohnern städtischer und ländlicher Gebiete drinnen ist. Man achtet darauf, dass die gleiche Quote von Altersbereichen in Grundgesamtheit und Stichprobe da ist und einiges mehr. Dazu muss man natürlich die Grundgesamtheit davor kennen, denn nur dann kann man die Quoten festlegen. Aber wenn man das kann, dann funktioniert das für viele statistische Zwecke erstaunlich gut. Die nächste Komplikation für die Sozialwissenschaften besteht darin, dass wir häufig weder Quotenstichproben noch Zufallsstichproben verwenden können. Beispielsweise vergleichende Analysepolitische Systeme. Wir haben auf der Erde gegenwärtig ungefähr so 200 Staaten. Wenn man auch die historischen politischen Systeme dazu nimmt, die wir halbwegs kennen, haben wir vielleicht die dreifache Menge. Und wenn wir untersuchen wollen, wie parlamentarische Regierungssysteme funktionieren oder wie präsidentielle Regierungssysteme freiheitlicher Art funktionieren, haben wir gar nicht so furchtbar viele Fälle. Eine Zufallsstichprobe ist möglich, wenn man mindestens 25 Elemente hat. Denn ab N gleich 25 gibt es eine Wahrscheinlichkeitsverteilung für die Stichprobenkennwerte in der Grundgesamtheit. Aber so viele präsidentielle Regierungssysteme gibt es gar nicht. Wenn wir untersuchen wollen, wie totalitäre Diktaturen funktionieren, das gab in der ganzen Geschichte keine 25 totalitäre Diktaturen. Das heißt, dort, wo wir so etwas Komplexes und Seltenes wie konkrete Figurationen politischer Systeme untersuchen, kommen wir weder mit Zufallsstichproben weiter, noch mit Quotenstichproben weiter. Das Einzige, was wir machen können, ist uns klarzumachen, was sind denn die wichtigen Züge des Phänomens, das uns interessiert? Und welche wichtigen Merkmale in welcher Spannweite müssen wir folglich in unserer Stichprobe abbilden? Wenn mich zum Beispiel interessiert, wovon es abhängt, dass gesellschaftlicher Zusammenhalt gelingt, naja, da werde ich den Begriff gesellschaftlicher Zusammenhalt operationalisieren müssen, dann werde ich auf der Ebene von Kommunen, auf der ich das Ganze zu untersuchen gedächte, solche Kommunen suchen müssen, wo gemäß der Operationalisierung wir einen starken gesellschaftlichen Zusammenhalt haben und einen schwachen. Da müssen wir uns klarmachen, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt von politischen Problemen, Infrastrukturmaßnahmen, gesellschaftliche Spaltung und so weiter abhängig ist. Folglich brauchen wir Kommunen mit hohem gesellschaftlichen Zusammenhalt, mit neuen Infrastrukturprojekten, Bahnhöfen, Brücken und so weiter, die gebaut werden sollen, mit starken sozialen Spannungen und wir brauchen welche mit geringem gesellschaftlichen Zusammenhalt, wo es das alles auch gibt. Und wir brauchen welche, wenn wir uns überlegen, ob Migration etwas mit gesellschaftlichem Zusammenhalt zu tun haben kann, wo der Migrantenanteil hoch und wo er gering ist. Und das heißt, wir brauchen eine theoriegesteuerte Stichprobe mit starkem und schwachen gesellschaftlichen Zusammenhalt, mit großem und kleinem Migrantenanteil, mit großen und kleinen oder nicht vorhandenen sozialen Spaltungen, Großprojekten, also mit Dingen, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährden können. Und dann vergleiche ich das. Das ist eine theoriegesteuerte Stichprobe. So, und alle anderen Stichproben, die Sie dann sehen, wenn im Fernsehen Journalisten sagen, wir haben nur einmal in der Fußgängerzone eine Stichprobe von Leuten befragt, was sie von den Koalitionsverhandlungen halten, das sind willkürliche Stichproben, die taugen außer für Unterhaltungszwecke für überhaupt nichts. Quantitative Studien verwenden oft Zufallsstichproben, weil dafür gibt es präzise quantitative Modelle der schließenden Statistik. Qualitative Studien macht man dort, wenn man den Gegenstand nicht so richtig kennt, also noch gar nicht weiß, wie die Grundgesamtheit aussieht. Wo man gar nicht so viele Untersuchungseinheiten untersuchen kann, wie man für eine Stichprobe repräsentativer Art bräuchte, nämlich mindestens n gleich 25. Zufallsstichproben, repräsentative Stichproben, das ist im Wesentlichen das Feld der quantitativen Forschung. Theoriegesteuerte Stichproben, das ist im Wesentlichen das Feld der qualitativen Forschung. Schließende Statistik also erlaubt den Schluss von Stichproben auf Grundgesamtheiten und diese schließende Statistik zerfällt wiederum in zwei Gruppen. Nachdem man geklärt hat, wie man in einer repräsentative Stichprobe zieht, dass die eine Gruppe der Modelle schließende Statistik ist der sogenannte Repräsentationsschluss. Hier erhebt man bestimmte Werte, Kennwerte, Durchschnittswerte, Zusammenhänge an einer Stichprobe und schließt dann darauf, in welchen Schwankungsbereichen um den an der Stichprobe gewonnenen Wert herum, in der Grundgesamtheit, das was ich erkennen will, wo liegt. Und der zweite Anwendungsbereich schließender Statistik ist der Hypothesentest, auch Signifikanztest oder Inklusionsschluss genannt. Hier testet man Hypothesen über die Grundgesamtheiten anhand von Stichproben-Daten. Die typische Fragestellung lautet, wenn in der Grundgesamtheit zwischen politischer Grundeinstellung und der Liebe zu Angela Merkel kein Zusammenhang besteht, wie wahrscheinlich ist es, dass ich in meiner Studie, in meiner Stichprobe folgenden Korrelationskoeffizienten entdecke. Und wenn die Wahrscheinlichkeit, den folgenden Korrelationskoeffizienten in meiner Stichprobe zu entdecken, wenn dieser Zusammenhang in der Grundgesamtheit überhaupt nicht besteht, wenn diese Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dann sagt man, nee, dann wird wahrscheinlich ein solcher Zusammenhang in der Grundgesamtheit nicht bestehen. So testet man an Stichproben Hypothesen über Grundgesamtheiten. Ziffern, die nichts weiter transportieren als Rangordnungen oder Verschiedenheit, sind wichtig für die qualitative Forschung. Dafür gibt es jede Menge von statistischen Modellen. Bei der Differenzierung der Statistik nach Univariat, Bivariat und Multivariat gibt es auch für die qualitative Forschung alle möglichen Modelle, sodass man nicht sich darauf rausreden kann, ich liebe qualitative Forschung, folglich muss ich von Statistik nichts wissen, denn für qualitative Zwecke gibt es ja eh keine Statistik. Das ist schlechterdings falsch, sodass man die Formel verwenden kann, dass Unkenntnis von Statistik nichts anderes ist als sozialwissenschaftlicher Analphabetismus. Und ein Analphabet sollte man als Politikwissenschaftler, Soziologe, Kommunikationswissenschaftler, Wirtschaftswissenschaftler nicht sein. Fassen wir zusammen. Die hermeneutische Methode ist grundlegend für alle Wissenschaften und hat nichts zu tun damit, ob ich qualitativ oder quantitativ arbeite. Historische und juristische Methoden sind sehr wichtig, nicht nur für Historiker und Juristen, sondern auch für Politikwissenschaftler. Es ist im Rahmen dieser Vorlesung ganz und gar unmöglich, Ihnen eine kurze Einführung in juristische und oder historische Methode zu geben. Ich empfehle dringend, die entsprechenden Einträge in Lehrbüchern und Handbüchern nachzulesen. Statistische Modelle, die sind unverzichtbar für empirisch arbeitende Sozialwissenschaftler, ganz gleich, ob sie in der qualitativen oder der quantitativen Welt sozusagen unterwegs sind. Tja, und damit haben wir eigentlich alle Schritte wissenschaftlichen Arbeitens beieinander. Man formuliert seine Frage- und Problemstellung, erhebt die Daten, die es noch nicht gibt, analysiert sie, hermeneutisch und statistisch, und dann beantwortet man seine Forschungsfrage. Achtung, es ist immer wieder so, dass man erst im Lauf eines Forschungsprozesses, wenn man sich einliest, wenn man näher darüber nachdenkt, wenn man ins Feld geht, dass man erst dann begreift, was eigentlich die interessanteste Forschungsfrage sein kann. Die Frage, mit der man sein Forschen anfängt, ist oft nicht die, mit der man es aufhört. Und das darf man niemals als eine Niederlage empfinden. Es ist einfach ein Lernprozess. Es ist ein Lernprozess. Es wäre ja auch ein Wunder, wenn man nicht durch Forschen klüger würde und durch Forschen herauskriegte, was wichtig ist, auch im Unterschied zu dem, was man anfangs geglaubt hat. Damit nun Butter bei die Fische kommt, schauen wir uns einen konkreten Forschungsprozess an. Einen, den ich sehr gut kenne, weil ich den vor über einem Vierteljahrhundert selbst vollzogen habe, als ich meine Habilitationsschrift machte. Also, am Anfang wird die Fragestellung oder Problemstellung formuliert, dann werden die Daten gesammelt, dann werden die Daten ausgewertet, dann wird die Forschungsfrage beantwortet. Nachlesen können Sie alles in der hier angegebenen Literaturstelle im beliebigen Detail. Das Wesentliche sage ich Ihnen jetzt. Ich wollte damals die Frage beantworten, wie verstehen Deutschlands Parlamentarier ihre Rolle als Abgeordnete? Ich meine, da kann man viel spekulieren, aber es ist nicht unnütz zu wissen, wie verstehen die denn selbst ihren Job? Ich habe mich dann ziemlich schnell entschlossen, einfach die Abgeordnete danach zu befragen, mit ihnen zu reden und parallel dazu Abgeordnete auch schriftlich zu befragen, weil man dann immer auf quantitative Daten zurückgreifen und manches in der Tiefe explorieren kann. Dann musste ich natürlich irgendwann die Interviews auswerten und die Fragebögen auswerten. Das eine durch qualitative, schrägstrich teils quantitative Inhaltsanalysen, das andere statistisch und dann habe ich ihm aufgeschrieben, worum es geht, etwa in meiner Habilschrift und in einer Rolle von Publikationen. So, und diesen Gang schauen wir uns nun näher an. Formulierung der Fragestellung. Wo kommt denn die Fragestellung für einen Forschungsprozess her? Na, entweder man entwickelt Neugier für etwas und man kommt zufällig drauf. Oder im Verlauf einer zunächst ganz anderen Interessen folgenden Arbeit kommt man drauf oder man kriegt einen Forschungsauftrag. Irgendwo braucht man eine Stelle, irgendwo hört man, es gibt ein Forschungsprojekt, man bewirbt sich, kriegt die Stelle und schwuppdiwupp hat man den Auftrag, was zu tun. Diese Fragestellung formuliert man dann natürlich anhand von Begriffen, die eben eine bestimmte Perspektive auf den Gegenstand einrasten. Wie fassen Abgeordnete ihr Amt auf? Das ist der Begriff des Amtes da. Wie fassen Abgeordnete ihre Berufsrolle auf? Oh, da sind wir in der Rollentheorie. Wie üben Abgeordnete ihre Rolle aus? Da sind wir sozusagen in der Stiltheorie, weil man Rollen in unterschiedlichen Stilen ausdrücken kann. Also die Fragestellung mit ihren Begriffen rastet eine ganz bestimmte Perspektive auf den Forschungsgegenstand ein. Sie sind theoriehaltig. Die Theorie kann implizit sein. Man merkt gar nicht, was man geistig veranstaltet. Sie kann aber auch explizit sein. Das, was man mit seinen Begriffen an Perspektive zum Gegenstand einnimmt, sollte man reflektieren. Und dazu muss man es erst einmal klar bekommen. Der Fachausdruck dafür lautet dimensionale Analyse. Welche Dimensionen des Forschungsgegenstandes erfasse ich durch meine Blickrichtung? Anders gesprochen, in meiner Bildfolie vom Beginn der Vorlesungsstunde, Sie sehen Ihr Dorf auf eine bestimmte Weise vor sich. Und Sie fragen sich, aha, aus welcher Perspektive schaut denn das Dorf so aus? Von der Straße? Nee, ich sehe auf die Dächer. Auf einem Berg? Nee, da müsste ich ja schief drauf sehen. Die Perspektive ist die von einem Hubschrauber aus, der über den Dorf kreist. Da habe ich jetzt dann meine Betrachtungsdimension klar gemacht. Vertikal von oben und kann mir überlegen, was sehe ich jetzt aus dieser Perspektive und was sehe ich nicht? Zum Beispiel sehe ich nicht, oft nicht, die Malerei an den Häusern, an den Wändern, wenn ich nur von oben drauf schaue. Und je nach der Tauglichkeit der Perspektive, die ich zu meinem Gegenstand einnehme, kann ich mehr oder weniger am Gegenstand sehen. Kann also meine Forschung fruchtbarer oder weniger fruchtbar sein? Und folglich muss man immer gründlich reflektieren, mit welchen Begriffen man seine Forschungsfrage formuliert. Man muss immer gründlich reflektieren, was ist der Kontext meiner Begriffe, was sind so die Anschlussdenkfiguren, was sind die Implikationen der von mir forschungsleitend verwendeten Begriffe. Und das heißt, ich muss mir klar machen, innerhalb von welcher Theorie blicke ich auf meinen Gegenstand. Sowas nennt sich die Konzeptualisierungsphase eines Forschungsprozesses. In der wird das intellektuelle Werkzeug bereitgelegt. Und wenn Sie einige Erfahrungen im Lesen wissenschaftlicher Literatur haben, merken Sie an jener Sektion eines Aufsatzes oder an jenen Passagen eines Buches, wo über die forschungsleitenden Theorie, über die forschungsleitenden Begriffe nachgedacht wird, ob der Autor seinen Gegenstand verstanden hat oder nicht. Ob man dem Rest der Studie eher oder eher nicht trauen kann. In meinem Fall, um es konkret zu machen, die Frage lautete, wie verstehen Deutschlands parlamentarische Rolle als Abgeordnete. Die Begriffe wurden entnommen aus dem Forschungsstand, damals die leitende Theorie, oder die Rollentheorie des Parlamentarismus. Das Ganze ist dann weiterentwickelt worden. Es gab einen darauf aufbauenden Forschungsstand, zu dem ich danach auch noch einiges selbst beigetragen habe. Und ich habe davor einige Aufsätze publiziert, wo eine komplexe Theorie des Abgeordnetenhandelns dastand. So, damit war die Konzeptualisierungsphase vorbei und es galt, Informationen zu sammeln über das, was im Schrifttum schon drinnen stand. Also, welche Informationen muss ich konkret sammeln, um eine Forschungsfrage beantworten zu können? Naja, genau jene, die man braucht, um die Frage beantworten zu können. Und das heißt, wenn man keine Klarheit über die Forschungsfrage hat, gibt es über den ganzen Rest des Forschungsprozesses eben auch keine Klarheit. Präzis ist es so, dass die Begriffe, in die man seine Forschungsfrage fasst, ihrerseits genau darauf verweisen, worüber ich Daten erheben muss. Also, wenn ich die Rolle von Abgeordneten erfassen will, muss ich wissen, wie denken Abgeordnete über ihre Rolle nach? Und ich muss darauf blicken, was treiben die Abgeordneten tatsächlich? Denn zwischen dem, wie ich mir etwas vorstelle und wie ich etwas in die Praxis umsetze, kann ja eine halbe Welt liegen. Und beides muss man dann eben erheben. Dieser Weg von den Forschungsleitenden Begriffen, was ist eine Rolle, was ist Rollenpraxis und so weiter, hin zu Dingen, die man konkret beobachten kann, sowas nennt sich Operationalisierung. Theoretische Begriffe werden in Dinge übersetzt, die man beobachten kann. Wie das genau geht, werden wir in der Stunde über Begriffe ansehen. Die nächste Frage lautet dann, wenn ich weiß, welche Informationen ich erheben muss, ja, mit welchen Methoden kann ich diese Informationen sammeln? Dazu muss ich natürlich die Methoden kennen. Ich muss wissen, erstens, welche Daten ich brauche und ich muss wissen, welche Methoden für die Erhebung dieser Daten geeignet sind. Da muss ich abschätzen können, wie viel Zeit habe ich für meinen Forschungsprozess, wie viel Geld, was kann ich mir leisten, wie viele Mitarbeiter können mitwirken, denn davon hängt ja ab, was ich wirklich machen kann. Ich muss als nächstes klären, muss ich eine Grundgesamtheit untersuchen oder kann ich eine Grundgesamtheit untersuchen? Wenn nein, muss ich ja wohl eine Stichprobe untersuchen. Ja, was für eine Stichprobe? Wenn ich weiß, welche Frage ich habe, was meine Forschungsleitenden Begriffe sind, welche Daten ich geleitet von meinen Forschungsleitenden Begriffen zu erheben habe, wenn ich weiß, mit welchen Methoden ich arbeiten muss, ja, dann muss ich jetzt meine Erhebungsinstrumente entwickeln, meine Fragebögen, meine Beobachtungsschemata und so weiter. Und wenn ich das entwickle, muss man zugleich überlegen, ja, was mache ich denn anschließend? Ich muss doch die Daten auswerten. Ich brauche einen Datenanalyseplan. Denn es ist doch ganz furchtbar, wenn ich Daten sammle und bei der Datenanalyse stelle ich fest, ja, um Gottes Willen, ich habe vergessen, auch noch das zu fragen. Das müsste ich aber gefragt haben, denn nur dann könnte ich in meinem Untersuchungsmaterial die drei wichtigen Untergruppen auseinanderziehen. Es ist nichts peinlicher, als bei der Datenanalyse herauszukriegen, dass man etwas nicht weiß, was man wissen müsste, um aus den Daten alles herauszuquetschen, was womöglich drinnen ist. Gerade wenn man quantitative Daten erhebt, braucht es einen Datenanalyseplan. Und bei qualitativen freilich auch. Denn es sagt sich ja leicht, ich mache Interviews mit Leuten und diese Interviews, die werden auf Datei aufgezeichnet, die Datei wird verschriftet und dann mache ich eine qualitative Inhaltsanalyse. Ja, sagen kann man das leicht. Aber wenn man keine Ahnung hat, was man denn dann mit den Interviewverschriftungen konkret machen soll, ja, dann sitzt man am Schluss vor lauter Papier oder vor lauter Dateien, wie der Ochs vom Berg und hat keine Ahnung, wie man denn nun das Wesentliche aus diesen Daten herausquetscht. Man muss wirklich die Methodenkenntnis haben, bevor man sich auf den Forschungsprozess einlässt. Nur dann wird die Sache rund. Und wenn das alles klar ist, dann macht man sich an die Datenerhebung, macht seine Interviews und so weiter. Das ist die sogenannte Operationalisierungsphase, die ihrerseits in die Datenerhebungsphase übergeht. Und Achtung, die heilige Dreifaltigkeit, um die es hier geht, ist die folgende. Zusammenpassen muss die Fragestellung mit der Methode oder den Methoden und den entsprechenden Erhebungsinstrumenten und dem Datenanalyseplan. Fragestellung, Datenerhebung, Datenanalyse müssen perfekt zusammenpassen. Nur dann wird was Rundes draus. Ich sage Ihnen am konkreten Beispiel, wie sich das in der Praxis darstellen kann. Für mich war dann ziemlich schnell klar, ich muss Aussagen von Abgeordneten über ihr Rollenverständnis erheben. Das muss ich operationalisieren. Gottlob gibt es in der Abgeordnetenforschung seit den 60er Jahren eine Frage, die sich tausendmal bewährt hat. Man fragt einfach zu Beginn eines Interviews, Herr Müller, was sind die wichtigsten Dinge, die ein Abgeordneter tun sollte. Und dann erzählt er was. Er erzählt die aus seiner Sicht wichtigsten Dinge. Und sie kriegen ziemlich schnell raus mit dieser einfachen Frage, wie er ungefähr sein Amt nachdenkt. Und dann gibt es bewährte Nachfragen, die man dann in das Erhebungsinstrument umsetzen kann. So, welche Methoden? Ich wollte einesseits Interviews machen, wo ich frei formulierte Antworten hatte. Und anderteils hatte ich eine Menge von theoretischem Wissen. Ich wusste, wonach man präzis fragen kann. Und das wollte ich ziffernmäßig, statistisch auswertbar in Fragebögen beantwortet haben. So, was konnte ich machen? So furchtbar viel Geld hatte ich nicht dafür. Also mir war klar, ich kann das nicht in ganz Deutschland machen. Es kommen nur bayerische Abgeordnete in Frage, weil da kann ich herumfahren von Passau aus. Aber ich wollte Vergleich haben, Landtags-, Bundestags- und Europaabgeordnete. Ja, aber welche denn nun? Alle gingen auch nicht. Mein Leitgedanke war, weil ich ja die Wahlkreisarbeit insbesondere untersuchen wollte. Ich sollte sowohl von den CSUlern wie von den SPDlern Abgeordnete haben. Die von den kleinen Parteien haben eine andere Wahlkreisarbeit. Die konnte ich rausstreichen. Bei der schriftlichen Erhebung kamen die ja eh alle vor. Und dann war mein Leitgedanke der, dass ja von der Art des Wahlkreises abhängt, wie die Wahlkreisarbeit aussieht, die mich in erster Linie interessierte. Und folglich mussten die Wahlkreise die gleichen sein. Und folglich habe ich einfach auf die bayerische Karte geguckt und mir eingetragen, wo welche Abgeordnete sitzen. Und habe die Auswahl so getroffen, dass ich solche Wahlkreise ausgewählt habe, von denen jeweils ein Sozialdemokrat und ein CSUler Landtagsabgeordnete waren. Und zugleich jeweils ein Sozialdemokrat und ein CSUler Bundestagsabgeordnete waren. Sodass ich also in Bezug auf die gleichen Gebiete die Arbeit von CSUlern und SPDlern und von Landtagsabgeordneten und von Bundestagsabgeordneten untersuchen und vergleichen konnte. Sowas nennt sich eine theoriegesteuerte Stichprobe. Und jetzt haben Sie ein weiteres Beispiel dafür. Und alle Abgeordneten sollten schriftlich befragt werden. Damit ich die Stichproben, die theoretischen Stichproben-Daten in ein übergeordnetes Datenset einbinden konnte. Tja, dann mussten die Erhebungsinstrumente entwickelt werden, Interviewleitfäden und schriftliche Fragebögen. Das war der Job im Sommer 1988. Dann war klar, wie ich die Sache machen will. Die Interviews werden auf Diktiergeräte, die es damals gab, aufgezeichnet, verschriftlicht. Dann gibt es eine qualitative Inhaltsanalyse und die schriftlichen Fragebögen werden statistisch ausgewertet. Und dann von Januar bis Mai 1989 wurden dann die Daten entsprechend erhoben. So, Auswertung der Informationen. Man muss die erhobenen Daten erfassen und ordnen. Also ich meine, die Interviews, die geführt werden, müssen irgendwie verschriftlicht und sauber abgeheftet und aufbereitet werden. Früher hatte man also Karteikarten, Zettel und so weiter. Heute haben wir meistens Dateien, Datensysteme auf dem PC. Am besten gleich so, dass man sie mit SPSS oder PSPP, wo es eine kostenlose, abgespeckte SPSS-Version ist, auswerten kann. Die erhobenen Daten muss man kontrollieren. Sind sie vollständig? Gibt es Abgeordnete, die nicht geantwortet haben oder die einen Fragebogen nicht vollständig ausgefüllt haben? Sind mir irgendwelche Tonbandaufzeichnungen verloren gegangen? Ist beim Abschreiben irgendwas verschütt gegangen? Es muss alles vollständig sein. Gibt es Fehler im Datenmaterial? Haben Abgeordnete sozusagen unsinnige Werte angekreuzt? Aus Alter angegeben 104 Jahre als Parteizugehörigkeit, sämtliche oder was? Da muss man auf die Fragebögen gucken und sich fragen, was will der Abgeordnete tatsächlich sagen oder sind das einfach fehlende Daten? Gibt es Fehler bei der Erhebung? Gibt es Fehler bei der Erfassung? Es kann ja sein, dass der Mensch, der die schriftlichen Fragebogendaten übertragen hat, dass der Eingabefehler gemacht hat. Da muss man eben die fehlerhaften Datensätze bereinigen, indem man zurückgreift, entweder auf die Originaltonaufnahmen oder auf die Original-Fragebögen oder sonst was immer. Gegebenenfalls muss man die Stichprobe gewichten, weil es ja in der Regel keinen hundertprozentigen Rücklauf gibt. Und wenn man will, dass seine Stichprobendaten im Wesentlichen der Grundgesamtheit entsprechen und es eben Erhebungsverzerrungen, Stichprobenfehler A und B gibt, dann muss man die Stichproben gewichten, was über S bis S leicht geht, aber hier nicht zu erläutern ist. Dann kann man die Datenanalyse durchführen. Die Grundlagen sind dann die Forschungsfrage, die leitet einen bei der Datenanalyse an. Hermeneutik am erhobenen Material, was besagen wir die Interviewauszüge über das Amtsverständnis der Abgeordneten. Und dann arbeitet man seinen Datenanalyseplan ab. Und wann immer man dabei draufkommt, um Gottes Willen, hier sehe ich etwas, das habe ich nicht erwartet. Hier komme ich auf neue Ideen. Da muss man es machen, wie ein Kriminaler. Neuauftretende Spuren darf man nicht auf sich beruhen lassen, denen muss man nachgehen. Weil der Zweck ist es, den Kriminalfall aufzuklären, also die Forschungsfrage zu beantworten. Das nennt sich die Datenanalysephase. Und die Logik bei dieser Datenanalyse, das was hier steht, ist immer gleich. Ob ich qualitativ oder quantitativ arbeite, alles was hier steht, ist immer und in jedem Fall zu machen. Im konkreten Beispiel, also es wurden die Interviews auf Band aufgezeichnet und dann verschriftlicht, die Fragebogendaten wurden erfasst, dann habe ich die Interviewverschriftung überprüft und korrigiert, also ob die Tippse Sachen missverstanden hat, was immer wieder vorkommt. Fragebogendaten wurden auf Muster, auf Inkonsistenz usw. überprüft. Ich meine, wenn ein Abgeordneter sagt, er hat ein Direktmandat und ist von den Grünen, das gab es damals effektiv nicht in Bayern. Da musste was falsch sein. Entweder hat er bei der Art des Mandats Fehlangaben gemacht oder bei der Parteizugehörigkeit. Und das muss man klären. Im Notfall ist der Datensatz unbrauchbar und wird als fehlender Fall gewertet. Die Interviewtranskripte mussten nach inhaltlichem Gesichtspunkt kodiert werden, wurden dann in Teildateien segmentiert. Das geht heute mit so Systemen wie MaxQData oder Atlas.ti, geht das wesentlich bequemer als damals und wurde dann einer qualitativen Inhaltsanalyse unterzogen und die Fragebogendaten wurden dann eben statistisch ausgewertet. So, und am Schluss steht die Beantwortung der Forschungsfrage. Man muss die Ergebnisse der einzelnen Schritten der Datenanalyse in übersichtlicher Form zusammenstellen. Memos, Tabellen, was auch immer. Memos, das sind kleine Forschungsnotizen. Man macht Schaubilder und Grafiken, man macht Listen und Tabellen. Dann muss man sich irgendwann zurücklehnen und muss die ganzen Einzelergebnisse im Zusammenhang überblicken. Man muss sich die Frage stellen, was erzählt mir denn das jetzt über meinen Gegenstand? Man muss, wie bei der Folie, wir haben erneutig bei dieser Schrifttafel gezeigt, zur Gestalterkenntnis kommen. Man muss die vielen Einzelheiten jetzt auf das Ganze beziehen. Man muss die Teile und das Ganze des Amtsverständnisses von Abgeordneten aufeinander beziehen. Und das, was man hier faktisch tut, theoretisch ausgedrückt, ist Modellbildung. Ein Modell des Rollenverständnisses von Abgeordneten ist Theoriebildung. Was lehrt mich die Menge der Angaben über den tatsächlichen Wahlkreisstil von Abgeordneten? Man merkt dabei dann irgendwann auch, welche Teilfragen immer noch offen sind, worüber man keine Daten gefunden oder noch nicht ausgewertet hat. Ja, dann stellt man Vermutungen auf. Dies und jenes hatte ich nicht bedacht, als ich meinen Fragebogen machte. Schade, blöd. Ich vermute in der Gesamtheit meiner Befunde, dass es sich wie folgt verhält. Und dann kann man weiteren Forschungsbedarf feststellen. Man kann aufschreiben, es wäre gut, wenn mal jemand dieser Sache nachginge. Und dann wird das insgesamt Gewonnene in Forschungsberichten, Vorträgen, Aufsätzen und Büchern niedergelegt. Das ist die Abschlussphase. Tja, und das haben natürlich genauso gemacht. Es gab dann jene Menge von Schaubildern, es gab jene Menge von exemplarischen Zitaten. Die wichtigsten habe ich dann in einem Buchtitel Abgeordnete und ihr Beruf mit Vorwort von Rita Süssmuth irgendwann publiziert, wo man so richtig mit den Augen von Abgeordneten auf ihren Job blicken kann. Dann Tabellen, jede Menge wurden produziert und publiziert. Es wurde ein dickes Buch geschrieben, es wurden neue Forschungsprojekte geplant, die ich in den folgenden Jahren durchgeführt habe, speziell zur Wahlkreisarbeit, Parlamentsarbeit, Netzwerkarbeit von Abgeordneten, Abgeordnetenwahrnehmung durch die Öffentlichkeit und so weiter. Und so wird dann ein Forschungsprozess zu Ende geführt. So, was haben wir jetzt alles ausfindig gemacht? Wir haben ausfindig gemacht, worum es bei Wissenschaft geht. Wir haben ausfindig gemacht, wie ein konkreter Forschungsprozess aussieht. Wir haben ausfindig gemacht, welche Methoden es dabei gibt. Wir haben einen Blick darauf geworfen, wann und wie qualitativ oder quantitativ geforscht wird. Wir haben uns klargemacht, was denn diese Phasen bedeuten. Konzeptualisierung, Operationalisierung, Datenerhebung, Datenanalyse, Publikationsphase. Und wenn Sie in der Seminararbeit schreiben, ist es im Grunde überhaupt nichts anderes. Es ist ja kleiner dimensioniert. Aber der logische Vorgang ist völlig der gleiche. Das alles sollte jetzt klar sein. Und wenn es noch nicht klar ist, bitte nachdenken, nachlesen, reden, Frage stellen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.